Sehr interessante Wahl auch des Gegners von Weiß. Erinnert ihr euch, wo ihr eine Stunde für Bad Wars Hunden gebraucht habt, weil früher nicht so geschwitzt wurde? Kannst du da ein bisschen Stress machen? Ja, 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 ja. Kommt jetzt, er fällt. Spaß, jetzt. Spaß, doppelt Spaß. Warte mal, hä? Hast du mich runtergeworfen? Bro, ich kann dich nicht schlagen. Wo warst du? Hä? Ach, das warst nicht du! Das war der Gegner! Oh mein Gott! Sorry. Ich hab dich verkauft, Bruder. Ich hab uns verkauft.